Was mich immer an Jugendherbergen begeistert hat, ist das Konzept von Gemeinschaft. Also du gehst raus zum Volleyballfeld zum Beispiel, da ist immer wer zum Zocken. Du lernst neue Leute kennen und das fand ich immer einfach genial. Ich bin immer begeistert, wenn es um junge Menschen geht. Kreativ sein, die meisten meiner Künstler sind, könnten meine Enkel sein mittlerweile. Und das ist auch ein Teil von der Neugier, immer Dinge zu entdecken, die ich noch nicht kenne. Und dazu gehören auch Jugendherbergen. Und der Gedanke, sich dort zu treffen und völlig ungebunden, zwanglos zu sein, ist was ganz anderes, als wenn man in ein Hotel geht. Und ich glaube, in dieser Richtung wird auch der Songend sein. Die Freiheit zu leben, die Freiheit sich auszudrücken und miteinander zu sein. Ich dachte, cool war ein Song mit Inhalt, Toleranz, Akzeptanz. Ein Song, der dafür steht, sich wieder mehr zu begegnen und nicht die ganze Zeit nur in meiner eigenen Welt zu sein. Sondern sich einfach miteinander auseinanderzusetzen und zu unterhalten. Und da dachte ich, das ist eine coole Sache mitzumachen. Und da freue ich mich sehr, dabei zu sein. Auch weil ich selber sehr viel in Jugendherbergen unterwegs war. Deswegen ist es auch so ein herzliches Anliegen von mir, Darmstadt zu halten.